Wonach mir gerade ist. Zum Beispiel, wenn mir gerade nach Stronghold ist, dann mache ich halt die Stronghold an und zeitgleich noch eine andere, damit es ein bisschen abwechslungsreicher ist. Mhm. So, eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Das heißt, eins, zwei, drei, vier. Da ist die Mitte. Ja, ich kann, naja, das kann man so lassen, genau. Dann würde ich nämlich hier passen so auf. No. No? 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 Diamanten, baby. Diamanten. Hehe. Cool. Soll ich so, das ist so wuchtig, ne? Das ist so wuchtig, ey. So wuchtig, schmuckig. Du hast dich mal noch freut über diese doofen Diamanten, ey. Ja, in meinem Singleplayer würde ich mich da noch mehr drüber freuen, ehrlich gesagt. Ja, aber die haben wir schon zu, zu massen. Hm? Hm? Nee, warte, das mache ich dann anders. Das mache ich anders. Das mache ich anders. Korbel soll als Fundament herhalten. Hm. 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 So, wie viel habe ich jetzt hier gesagt? Vier oder neun? Eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht. Neun. Und dann? Und dann? Kommt da einer hin. Film, den du mal geguckt hast? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ja, den habe ich mal geguckt. Aber das ist schon ewig her. Ja, ich habe den schon tausendmal gesehen. Also, überdrehen jetzt gesehen. Guck den öfters. Echt? Ja. Da sind doch lustig. Ja, schon, aber wie kann man sowas öfters gucken? Frage ich mich halt. Oh, geht. Genau so, wie ich ein Buch mehr als immer lese. Was? Ja, dann viel Spaß mit dem WoW-Buch. Wieso, das habe ich nie gesagt, dass ich das mehr als immer lese. Ich lese ja nicht jedes Buch mehr. Das müsstest du ja theoretisch noch lesen. Ich habe es ja schon. Ein Stück weiter gelesen. Theoretisch. Muss ja aber nicht, weißt ja. Alles kann, nichts muss. Das ist ja auch der Leitspruch in Ära. Alles kann passieren, nichts muss das aber. Wir können alles versuchen, aber nichts muss so sein, wie es ist. Tja, Baby. Es entsteht wieder was. Während du nicht zu Hause bist. Ach, das ist doch immer gut. Das können wir später ruhig auch so machen. Was? Ich schraub in der Wohnung neue Sachen an und so und wenn du nach Hause kommst, ist alles fertig? Ja, dann hättest du ja wohl gerne. Ja, hätte ich auch gerne. Das gebe ich unumwunden zu. Oh, nee. Oh, nee. Nee, mal gucken. Hey, der Hund bild. Ja. Wurf macht er. Jo, ist ja gut. Warte mal. Hey, das hat man aber gehört. Ja. Ja. Ist das nicht laut oder leise? Laut. Laut? Ziemlich laut. Ziemlich laut? Okay. Dabei ist die Tonspur ziemlich leise. Ähm. Ja, die haben sich gerade gekloppt. Da muss ich mal eben zwischen. Wie, die Hunde haben sich gekloppt? Ja, die haben sich gegenseitig, die haben sich gegenseitig fertig gemacht. Angekeift. Das ist ja mal ganz selten. Ja, aber es kommt vor. Ja, ja. Nein. Ich klaue nichts aus Susis Truhe. Was? Ich wollte, ich war gerade auf dem Weg, weil ich brauchte Eichenholz und ich dachte so, ach ja, da vorne ist noch was und dann, ach nee, ist ja Susis Truhe. Nee, ich klaue nichts aus Susis Truhe. Das war halt so der erste Gedanke. So, ich habe ja nichts gemacht. Ich habe ja nichts geklaut. Mhm. Noch nicht, jedenfalls. Was? Ein kleiner Schlawiner, du. Huch. Das war ja seltsam. Ein Stück zurückgeportet worden. Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Das ist wirklich komisch. Normalerweise liegt sowas immer am Internet. Wenn das Internet gerade schlecht ist. Normalerweise. Manchmal kann es auch am Server liegen. Was? Ich brauche noch eins, zwei, drei, vier, fünf. Och, da fühlst du mich doch... Ja, die kannst du die ja nehmen dann. Nee, ich habe ja... Wir haben ja noch, wir haben ja noch, wir haben ja noch, aber... Ich dachte gerade nur sowieso, weißt du... Aber warum? Ich habe gedacht, ich habe passend mitgenommen gerade. Aber nein, es fehlen noch fünf. Und jetzt habe ich natürlich wieder drei zu viel dann hinterher im Winter. Man kriegt ja nur aus einem Stamm vier Stück raus. Toll, drei zu viel. Egal. Nee, schon doppelt würde ich holen. Ach, Mann, ich bin doch blöd. Boah. Bin so blöd. Was machst du denn? Nichts. Wie immer. Halt. Kennst mich doch. Ja, deswegen ja. Da muss da noch einer hin. Da und da. Obwohl ich da ehrlich gesagt gerne... Warte mal. Nö, muss nicht sein. Ja, 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 ja. Mhm, 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 mhm. Komm's hier. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Nein, nur eins, zwei, drei brauche ich jeweils. Pro Ecke. Aua. Mann. Wie das ist ein Zombie. Ah, der hat eine Kartoffel getroppt. Nein. Ja, Kartoffel. Kartoschki. Weißt du was? Dann machen wir mal einmal hier. Und einmal hier. Und einmal hier. Dann machen wir mal... Ach, hab ich jetzt gerade weggeschmissen. Egal. Egal. Und dann machen wir mal hier. Und da ist er schon gewachsen. Und eins. Was denn? Nix. Nix. So. Ich weiß immer noch nicht genau, was es werden soll. Aber ich probiere einfach mal rum. Weil das ist ja... Standard. Ja. Ich habe ja auch im Singleplayer total viel wiederum probiert. Als ich jetzt wieder aufgenommen hatte. Tütütütütütütü. So. Wenn ich dann noch hier eins reinmache... ...das eventuell zu. Och ne. Jetzt werde ich nass beim Arbeiten. Und es ist ja dunkel wie im Bärenpo gerade. Ich mach mal hier so ein bisschen Licht. Wie lange war das jetzt, als es wieder geregnet hat? Sogar eine ganze Stunde und ein paar Minuten. Okay, das war eigentlich so schlecht. Eine Stunde, zehn Minuten circa. Ne, fünf Minuten. Circa. Ganz grob jetzt geschätzt, ne? Hm, dann müsste ich ja das, was ich da mache, muss ich auch hier machen, ist ja ganz klar. Und hier würde ich dann vielleicht... Nee. Oder eventuell... Nee, das wäre Platzverschwendung. Nee, da würde ich das hier nämlich so... Man kann leider noch nicht erahnen, was es ist. Es ist halt jetzt nur gerade ein Gebäude. Das steht schon mal fest. Aber man kann es nicht erahnen, was es werden soll. Hm. Also ich finde, das Gebitter ist in Minecraft wirklich realistisch. Von den Tönen her und so. Ja, es geht aber noch besser. Hm. Mit dem Madmaus-Mod. Aber besser geht ja wohl bekannt immer. Hm. Das ist richtig. Äh, dann machen wir... Dann haben wir noch davon was. Ja, bestimmt. Nehmen wir dann nämlich auch die, weil das ist Fichte. Und dann nehmen wir nochmal vielleicht die kurz mit. Hallo, Zombie. Okay. Wenn wir dann hier... Zack, 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 zack. Dann würde ich da eventuell... Ja, so. Zwei. Verdammt. So. Ich hasse es, Treppen zu platzieren, muss ich mal so sagen. Hm. Wenn die nie machen, was sie... Was sie... Was sie sollen und so. Haben aber connected. Das ist gut. Ach, ja. Also, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, ich bin schon... Ich hab bestimmt schon ein ganzes Deck Diamanten gefunden in der Zeit, aber kein einzeln Stück Kohle. Mhm. Die ganze Kohle wurde zu Diamanten gepresst. Das wäre schlimm. Mit Diamanten kannst du nicht essen, Diamanten kannst du nicht brennen. Oder verbrennen. Nein, das ist richtig. Hm, das ist noch... Früher konnten die... Äh... Steinzeit... Äh, oder die... Nicht die Steinzeit, aber die Menschen so am Anfang, die konnten halt mit den ganzen Glitzerkram auch nichts anfangen. Und die brauchten halt Sachen, die sie essen können. So ist es. Sie haben bestimmt einige Male so... Stück Kohle... Äh, Stück Kohle... Stück Eisen meine ich jetzt hier. Stück Gold oder Diamanten Glitzerkram gefunden und haben das dann bei Seite gelegt, weil... Wow. Wo ich gerade hin wollte und bauen, ist vor mir ein Blitz eingeschlagen. Ah, okay. Ja, aber die konnten damit nichts anfangen. Ich meine, Glitzerkram kann man nicht essen. Man kann sich vielleicht was damit kaufen, an Essen, aber... Man kann es trotzdem nicht essen. Ne. Richtig, richtig. Darum erachteten viele das ja auch noch damals als wertlos. Und andere wiederum als wertvoll, die sich was zu essen leisten konnten. Irgendwann so eine Geradewanderung, wie ich finde. Ja, aber trotzdem, man muss mal überlegen. Wann wurde das überhaupt wertvoll, ne? Wer hat dann irgendwann mal beschlossen, dass Dinge aus Gold und so wertvoll sind? Und warum? Nur weil es hübsch aussah? Oder... Ne? Hm. Irgendjahr muss ja mal gesagt haben, so, das ist jetzt wertvoll. Tja, nur wer? Das ist... Naja... Dinger, der alles hatte, denke ich mal. Ich weiß nicht, wenn man... Immer so ist. Alter. Schon wieder am Blitz eingeschlagen. Das ist grad ganz schön. Krass. Ja. Ja, ist krass. Boah, ich bin schon bald Level 50, Baby. Boah, es tut's gut, ey. 34. Aber ich bin ja schon wieder sogar mal ein paar Mal gestorben. Boah, ich bin ja schon. Wow. Oh, wow. Mhm. 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 Ja, da muss er sowieso da kipps in der Erde.